Wasser, Wärme und Bodenschätze sind kostbare Ressourcen unserer Erde. Ihre Gewinnung ist für uns eine Herausforderung. Unsere Stärke eine solide Bohrtechnik. Seit mehr als 70 Jahren liefert Nordmayr Bohrgeräte, die so individuell sind wie ihre unterschiedlichen Einsatzgebiete. Im Herzen von Niedersachsen, in unserem Werk in Peine, wird jedes Gerät nach den Anforderungen des Kunden geplant, entworfen und hergestellt. Wir wollen sicher sein, jedem Kunden eine beständige Qualität zu bieten. Die meisten Komponenten entstehen bei uns im Werk und sind bestens aufeinander abgestimmt. Sorgfalt und handwerkliches Können spiegeln sich in allen Einzelteilen unserer Bohrgeräte. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Im Zentrum unserer Produktion steht die DSW-Serie. Die hydraulischen Drehbohrgeräte dieser Serie können je nach Ausrüstung für alle gängigen Bohrverfahren eingesetzt werden. Die vielseitigen Ausrüstungsvarianten der Nordmayr Bohrgeräte ermöglichen die Durchführung der unterschiedlichsten Bohrarbeiten. Nordmayr bietet Ihnen Geräte, die sich insbesondere durch solide, robuste Bauweise auszeichnen und im praktischen Einsatz einfach zu bedienen und zu warten sind. In zunehmendem Maße baut Nordmayr Geräte, die insbesondere für geothermische Bohrungen konzipiert sind. Diese Geräte zeichnen sich durch Schnelligkeit und Flexibilität im Einsatz aus und bieten dem Kunden ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit. Kundennähe, Individualität und Unkompliziertheit zeichnen unseren Service aus. Neben dem Service und umfassenden Ersatzteillager in Peine, bietet der Nordmayr Drilling Rig Service im Süddeutschen Bad Wurzach noch ein zusätzliches Plus an Service. Unsere Monteure verfügen über das nötige Know-how und arbeiten mit moderner Technik, damit jedes Gerät, ganz egal wo es gerade im Einsatz ist, sofort wieder die Bohrarbeiten aufnehmen kann. Ihre Wünsche und unsere Bohrtechnik garantieren Bohrgeräte fürs Leben. Untertitelung des ZDF, 2020